Guten Tag, Freunde! Wir beginnen den 23. Urok Top-Nemals-Frasen уровня B1. Heute lernen wir die Frasen auf die Themen … Filme und Filmauswahl Im Film »Neo Rauch« geht es um das Leben eines Malers. Geht es darum, wie man ein großer Künstler wird. Der Film »Mein Blind Date mit dem Leben« handelt von einer tiefen Freundschaft, handelt davon, wie ein Blinder Alltagsprobleme bewältigt. Ich würde gerne einen Liebesfilm sehen. Meine erste Wahl wäre der Film »Berlin Falling«. Ich mag Actionfilme, deshalb würde ich gerne in »Terminator 10« gehen. Was sagst du dazu? Was ist deine Meinung? Untertitelung des ZDF, 2020